Amato Nathan, ja das passt. Irgendwie passt das schon, ohne dass ich jetzt die Story dazu weiß, aber es würde echt passen. Okay, die Feuerstrom-Killertruppe besiegen. Aber andererseits, das jetzt hier in der, sag ich mal, in der letzten Episode zu offenbaren und zu Ende zu bringen, also entweder habe ich noch irgendein Kampfareal übersehen, die Feuerstrom-Killertruppe besiegen, das bedeutet doch eigentlich Kurizo, den letzten Anführer. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also irgendwie fehlt mir hier ein bisschen was. Aber gut, ihr habt mich, ich bin furchtbar neugierig. Ich möchte es sehr gerne wissen, aber beim Amato, wo er das jetzt so gesagt hat, da irgendwie hat es bei mir Klick gemacht. Aber vielleicht irre ich mich jetzt auch. Ah, sehr schön, haben sich hier selber ausgeschaltet. Oh, oder? Einen habe ich hier übersehen. Komm her. Ja. Schauen wir, dann sammeln wir das da hinten auch nochmal rasch ein. So, machen wir euch auch noch kaputt hier. Jetzt reicht es. Wer ist hier diese Feuerita? Es sind nur Heuchler hier unterwegs. Das ist das Gefühl. Springe 45 Mal in die Luft bis zum Abschluss des Kampfareals. Ja, okay. Das ist eine ziemlich einfache Aufgabe. Da springen wir jetzt hier einfach immer ein bisschen. Haben wir schon hier. 11, 12, 13, 14, 15 haben wir ja auch schon. 1, 2, ich bin so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich. Darum springe ich hier durch die Gegend. So, Big Buddha hier. Da muss man leider doch ein bisschen stehen bleiben. Aber schau mal, wir haben ja hier die Hälfte links wieder geschafft. Das hast du jetzt auch. Danke schön. Und fröhlich, so fröhlich, so fröhlich war ich nie. So, hier nochmal 33. Oha. Alles hat wehgetan. Oh, das ist auch ein cooler Move. Den habe ich so noch nie benutzt eigentlich. Also wir laufen mal dazu. Und jetzt. Doch, das sah jetzt echt cool aus. 44, 45 und wir haben es geschafft. Wir haben eine weitere Verboten mit Chris hinter uns. Was wir auf jeden Fall auch noch machen werden, das wollte ich vorhin eigentlich schon aussprechen, aber habe es wieder vergessen. Unser Haus. Da müssen wir jetzt auch mal irgendwas tun, irgendwann. Wenn die Story rum ist, wenn die Story rum ist, dann haben wir eigentlich nur noch die Raids und das Haus. Da freue ich mich auch schon drauf, da mal ein bisschen rumzubasteln. Materialien müssten wir ja langsam echt genügend haben. Geld haben wir ja auch. Doch, sehr viel mittlerweile mit den 2 Millionen. Schade, dass wir hier nicht irgendwie ein Aktien oder sowas anlegen könnte, um das Geld hier krass zu vermehren. So muss ich halt dann doch noch hart arbeiten dafür. Okay, Job und Medo haben sich gemeldet. Da spricht sie jetzt noch nicht unbedingt frei, aber... Ja gut, sie wollten in den Krieg der 10... Oder was heißt, sie wollten... Sie sind ja mitgezogen, sie haben ja alles gepackt und so weiter. Aber mit Zeit, dass wir auch wieder eine bessere Waffe bekommen. Aber mit Level 40 bekommen wir eh nochmal neue Ausrüstung dazu. Okay, so, dann haben wir hier nochmal. Boah, was ist das hier eigentlich für eine Stadt, dass es so zerstört ist hier alles. Das ist ja schon mega kaputt hier. Ah, schau mal, den Skill könnt ihr eigentlich auch mal das bisschen nutzen. Ja, doch, der hat doch jetzt gut Ärger gemacht. Und das ist jetzt aber hier ein langer Bereich, du. Komm, alle zusammen jetzt hier. Ah, die Shinobis sind auch schon unterwegs sehr schön. Das ist immer krass, ne? Da denkst du, du hast so viele Leute beisammen und dann hast du trotzdem immer nur so eine ganz wenig Kombi. 134, 140. Oh, okay, der Bude ging jetzt echt ziemlich schnell kaputt und da kommen nochmal so ein paar Shinobis vorbei. Da können wir eigentlich nochmal schauen, was quasi unsere Maximalkombi war. Bis heute. Oh, neuen Erfolg erreicht. Mit 9100 kleine Gegner besiegt. Kurizo. Das ist also Kurizo. Was? Joop ist tot. Joop ist tot. Aber er ist stark, er ist wirklich stark. Also der kann echt Ärger machen, aber irgendwie hätte ich mir ihn jetzt deutlich imposanter noch vorgestellt als den Anführer des Attentäter-Trupps. Weil seine Moves sind ja schon geil mal so schlecht. Er schaut schon cool aus. Nächster Erfolg, der Erfolg, der Erfolg wohl nix gefrühstückt. Weil wir haben uns nachher... Ah, aua. Jetzt reicht's aber hier. Geh auf, Lilly. Das hat er nicht kommen sehen. Das hat er nicht kommen sehen. Medo. Medo. Steh auf. Bitte. Bro, Bro. Bro, Bro. Steh auf, steh auf. Du sollst aufstehen. Ah. Warum kommst du erst jetzt? Ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet. Warum kommst du erst jetzt? Er hat so viele Menschen wie möglich gerettet. Wir hätten noch viel mehr Leute verlieren können. Ausrede. Alles nur Ausrede. Warum wurde er bloß auf diese ausweglose Mission geschickt? Job. Das ist alles deine Schuld. Du hast diese Mission vorgeschlagen. Du bist nicht gekommen uns zu helfen. Wenn du nur nicht hierher gekommen wärst, wenn du nicht hierher gekommen wärst, wäre das nie passiert. Dann wäre Job nicht gestorben. Du, du hast ihn umgebracht. Du hast Job umgebracht. So treibst du mich also in die Ecke. Dann ist das alles, was ich zu sagen habe. Du Lügner. Du Lügner. Du Lügner. Du hast versprochen uns zu beschützen. Du hast gesagt, dass du uns hilfst. Letztendlich hast du gar nichts getan. Verräter. Du dreckiger Verräter. Geh. Ich will dich nicht mehr sehen. Verschwinde. Hau ab. Ja gut. Setz dich hin und heu dich aus. Mehr habe ich jetzt leider nicht mehr lesen können. Wow. Das ist jetzt aber richtig harte Anschuldigung. Der Medo ist richtig, richtig niedergeschlagen. Ich kann ihn ja irgendwo verstehen. Weil er uns halt so hoch gelobt hat. Wir waren ja quasi, also Lilly war ja für ihn das Nonplusultra. Ach Job. Wir haben also Job verloren. Wir wissen immer noch nicht, wer der Verräter war, aber wir haben Job verloren. Wieder einmal haben wir jemanden verloren. Ach je. Das wird jetzt ein sehr schwerer Gang zu Toru werden. Medo selber ist nicht hier. Ropor ist auch nicht hier. Gut gemacht. Medo wird gerade behandelt. Seine Wunden, das sind nicht so schlimm. Er hat nur ein paar blaue Flecken. Ein Glück. Das beruhigt mich. Aber er hat einen schweren Schock erlitten. Er isst und trinkt nicht mehr. Weil Job gestorben ist, dem er so sehr vertraut hat. Aber dir ist Medo da auch gut gefolgt. Kannst du ihn nicht trösten? Er schiebt alle Gründe für diese Situation auf mich und stabilisiert so sein psychisches Befinden. Es wird nicht helfen, wenn ich jetzt zu ihm gehe. Du wurdest doch bloß vom NED-Konzern reingelegt. Ich bin doch derjenige, der die Verantwortung übernehmen muss. Als Anführer habe ich einen unverzeihlichen Fehler gemacht. Wir haben keine Zeit für Trauer. Grey City war bisher immer standhaft, aber diesmal hat uns das Feuerstrombataillon eine vernichtende Niederlage zugeführt. Wir müssen uns rüsten, bevor dieser Ort auch noch besetzt wird. Verdammt! Ava, du bist zu unmenschlich. Wenn ich zu menschlich bin, stirbt jemand anderes, während ich Reue empfinde. Da stimme ich dir zu. Unsere Aufgabe ist es, die Menschen vor dem Tod zu bewahren und nicht, sie in den Tod zu schicken. Das Traurigsein überlasse ich denen, die nicht kämpfen können. Mach dir nicht zu viel Druck. Du bist nicht allein. Das ganze Sternheinkorps trägt die Verantwortung. Du musst dich so schnell wie möglich wieder fassen, sonst bekommen wir Probleme. Solange sich der NED-Konzern komplett von hier zurückgezogen hat, müssen wir diesen Ort gründlich untersuchen. Das klingt sinnvoll. Ich will einfach nur gegen irgendetwas kämpfen und mich abreagieren. Kümmere dich lieber um Medo. Nein, Medo geht es ja nicht gut. Dann geh zu Sora, die sich um Medo kümmert. Fragst du dich nicht, wie es Medo geht? Verstehe. Ach je. Ah, da bist du ja. Wie ist es dir seitdem ergangen? Ganz bestimmt nicht gut nach dieser ganzen Sache. Kannst du mir sagen, wie es Medo geht? Es sieht nicht gut aus. Er ist und redet nicht. Er starrt einfach nur in die Gegend. Der Schock, den er erlitten hat, muss sehr groß gewesen sein. So etwas wird er wohl sagen. Er hat so sehr zu Job aufgesehen und es ihm immer gefolgt. Du hast etwas Schlimmes von Medo gehört? Ich kann dich zwar nicht bitten, Verständnis aufzubringen, aber es wäre trotzdem schön, wenn du es könntest. Ich bin es gewohnt, gehasst zu werden, also mach dir keine Sorgen. Job war von Medo mehr als nur Familie. Es wundert mich nicht, dass er jetzt so schockiert ist. Medo hatte nie viel Selbstvertrauen, aber das endete sich, als er Job traf. Job gab ihm Selbstvertrauen. Medo wurde ein anderer Mensch, nachdem er Job gefunden hatte. Im guten Sinne. Und dann hat er dich auch noch gefunden. Plötzlich hatte Medo zwei Helden. Doch einer der beiden konnte nichts zu ihm tun und der andere hat ganz einfach sein Leben verloren. Es ist zwar eine traurige Wahrheit, aber Medo musste jemanden finden, den er hassen konnte. Nur so konnte er es aushalten. Und man kann die Toten nicht hassen, deswegen warst du die einzig logische Wahl für Medo. Bitte, hasse ihn nicht dafür. Wir können nur hoffen, dass es mit der Zeit besser wird, bis Medos Herz von alleine heilt. Denn er ist sehr stark. Ich weiß, dass er es schaffen wird. Ja, das stimmt. Auch Job würde das so sehen. Wenn es wirklich ein Jenseits geben sollte, dann wird Job von dort auf Medo schauen. Oh, oh, was ist das denn? Warum? Oh, entschuldige. Ich wollte nicht weinen. Ich darf nicht. Ich gehe da mal. Es tut mir wirklich leid. So, dann geh bitte zum Operationsoffizier. Er wollte etwas von dir. Schnell, geh schnell. Du wirst doch keine erwachsene Frau heulen sehen, oder? Nein, sollen wir nicht. Wir gehen lieber mal. Auf zu Ava. Vielleicht weiß sie ja jetzt schon, wer der Verräter ist. Da bist du ja. Los, mach dich endlich fertig. Du gibst mir nicht einmal Zeit für eine Pause. Du wirst anderer Meinung sein, wenn du es hörst. Hendrik wurde nämlich entdeckt. Entschuldige meine Unhöflichkeit. Genau der richtige Inhalt für eine Ablenkung. Ah, ich weiß zwar nicht, warum er plötzlich aufgetaucht ist, aber es ist auf jeden Fall Hendrik. Wir haben auch daran gedacht, dass es eine Falle sein könnte. Und genau aufgepasst. Aber die Überwachungskamera zeigt eindeutig Hendrik. Jedenfalls wurde Hendrik regelmäßig in dem vom NED-Konzern verlassenen Sektor 9 gesichtet. Wir müssen ihn finden. Schon um zu erfahren, was dieser NED-Konzern angestellt hat. Der Siegel ist seltener in Enttöten. Gib mir die Koordinaten und ich breche sofort auf. Zeig den NED-Typen, wen sie da herausgefordert haben. Müssen wir jetzt hin? Oh. Hier rein. Sektor 9. Alles klar, meine Lieben. Wie es weitergeht in der Geschichte um Job, Lily, Medo, Grey City als solches. Das und vor allen Dingen auch, wer der Verräter ist. Das erfahren wir in den nächsten Folgen von Soulworker. Ich hoffe, euch haben die letzten Folgen wieder einmal gefallen. Wenn ja, lasst mir doch bitte gerne ein Abo, Like oder Kommentar da. Da würde ich mich wie immer sehr darüber freuen. Dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, als ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Soulworker wieder. Passt bis dahin gut auf euch auf und bis dann. Ciao.